Willkommen zum neuen Video. Heute reden wir mal über den Hardfog, der was jetzt erfolgreich vollzogen worden ist bei der Defer Chain und was jetzt tendenziell möglich ist durch die neuen Implementierungen. Nur mal herzlich willkommen zum neuen Video. Heute reden wir über den Hardfog, der was jetzt erfolgreich auf der Defer Chain vollzogen worden ist. Was ist im Endeffekt geändert worden? Wir schauen uns das Ganze an. Es gibt jetzt auch schon einen neuen Countdown. Der Countdown ist jetzt nicht für den Hardfog, der ist schon passiert. Das ist für das erste Settlement von den Futures, um das Premium anzugleichen. So, was ist tendenziell jetzt möglich? Jetzt ist es möglich Nummer eins. Die USD zählt jetzt in die DeFi Seite. Man muss ja, wenn man zum Beispiel ein Vault kreiert, dann muss man ja immer mindestens 50% DeFi hinterlegen. Der Rest kann Bitcoin, Ether, Stablecoins und so weiter sein. Aber 50% muss immer DeFi sein. Das hat sich jetzt geändert. Der DUSD zählt jetzt nicht mehr auf die andere Seite zu Bitcoin und den anderen Kryptowährungen, sondern der zählt jetzt auf die Seite, wo DeFi ist. Das heißt, wir können den Vault mit DFI und DUSD bilden und zwar unabhängig voneinander. Das heißt, wir können auch 100% DeFi nehmen oder 100% DUSD nehmen. Was uns tendenziell sehr interessante Möglichkeiten bietet. Denn wir können jetzt, wir haben jetzt die Möglichkeit, stabile Vaults zu kreieren. Was jetzt tendenziell möglich ist, ist folgendes. Leute können reinkommen, die was jetzt kein Exposure zu DFI haben wollen, die tendenziell gar keine Exposure zu Krypto haben wollen im Prinzip und können jetzt einfach sich einen Vault kreieren, DUSD hinterlegen und sich dann wieder DUSD minten. Das heißt, der Vault kann eigentlich bis 151% gemintet werden und mit diesen DUSD, mit diesen geminteten, kauft man sich dann einfach 50% Asset und geht dann ins Liquidity Mining. Im Endeffekt, hier kann man dann tendenziell auch von Kursanstiegen profitieren, aber muss man aufpassen, natürlich auch von Kursverlusten. Tendenziell würde ich sagen, ist die geschickste Variante, das genauso zu machen, wie ich das gerade gesagt konnte. Das heißt eher, wie gesagt, DUSD einloggen, DUSD nehmen. So braucht man sich einmal gar keine Gedanken um den Vault zu machen. Der managt sich selber, wie gesagt, wenn man Dollar und Dollar hat, kann nicht viel passieren. Und da kann man tendenziell dann auch Kursgewinne mitnehmen. Klar, wenn man jetzt das Ganze nach unten geht, dann hat man eventuell auch Kursverluste, allerdings nur die Hälfte von dem jeweiligen Aktienwert. Da kann man zum Beispiel in stabile Sachen reingehen, wie online, sonst war es Gold, Silber. Dann hat man Downside-mäßig eher ein bisschen beschränkt, aber kleine Upside eventuell. Das heißt, man sucht sich eher etwas Stabileres aus und hat dann eventuell die Möglichkeit, mit dieser Variante roundabout 60% aufs Jahr zu erhalten, APR, und durchs Compouten eventuell noch ein wenig mehr. So, das finde ich persönlich ein richtig geiler Anreiz, speziell auch für andere Leute, die wir jetzt noch nicht in der Defi-Chain sein. Ich werde eventuell dann nur ein Tutorial-Video machen, wie man das im Endeffekt angeht, um auch eventuell neue Leute anzuziehen. Genau, das heißt, jetzt ist es tendenziell möglich, mit der kleinen Änderung von diesem DUSD in unseren Vaults eben stabile Vaults zu bilden und eben auf einen Stablecoin-Reddite zu generieren. Ganz genial, auf alle Fälle. Genau, was ist die nächste Neuerung? Wir haben jetzt die Möglichkeit, eben Futures zu setteln, das heißt, mit einem Preis von plus 5% und minus 5%. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, allerdings nur in der Command-Seile, das heißt, in der Light Wallet ist das Ganze nicht verfügbar, aber hier sehen wir schon, in zwei Tagen und acht Stunden werden die ersten Futures gesettelt. Das heißt, im Backhand die Techies, die Bots und so weiter, wenn hier, je nachdem wie das Premium sozusagen steht, werden hier Futures setteln und uns dann auf der DEX den Preis in die richtige Richtung drücken. Hier wird ja angepeilt, so minus 5, plus 5% in dieser Range sollte sich das Ganze bewegen. Tendenziell, was ich so rausgehört habe, ist es so, dass die Futures in Zukunft, wenn auch mehr Geld reinfließt, eher seltener benutzt werden und deswegen wahrscheinlich, gehe ich davon aus, dass das gar nicht in die Light Wallet kommt, dass das eigentlich gar nicht für die Masse zugänglich ist, diese Futures. Also die richtigen Futures kommen ja noch, aber diese Futures zur Premium-Stabilisierung gehe ich doch davon aus, dass die gar nicht für die Masse in der Light Wallet zur Verfügung stehen werden. Das wird einfach direkt wahrscheinlich im Hintergrund von Bots ausarbeitragiert, beziehungsweise eben diese Futures auch genutzt und das war's. Wie schaut es im Moment kryptomäßig aus? Bitcoin, schauen wir uns einmal ganz kurz an. Wir haben anscheinend hier Support gefunden bei 40.300. Muss jetzt noch nichts heißen, im Moment sind wir, wie ihr sehen könnt, die ganzen Märkte sind eigentlich ein ziemlicher Bedrängnis, egal ob es jetzt Stocks sein oder Krypto. Im Moment schaut es so aus, als wenn wir hier eventuell bouncen würden bei 40.300. Würde ich mir jetzt aber tendenziell nicht ganz drauf verlassen. Wie gesagt, wenn wir sehen, könnte es sein, dass wir Richtung 39.000 eventuell auch noch gehen. Hier sehen wir, genau, haben wir noch einige Support-Levels hier. Tendenziell finde ich es persönlich jetzt nicht ganz so geil, dass wir jetzt wieder drunter gefallen sind. Wie ihr sehen könnt, das verfolgen wir ja schon relativ lange hier. Also diesen Kanal hier, den ist ein relativ groß. Wir sind jetzt hier zweimal, haben wir es versucht, jetzt sind wir einmal komplett drüber geschossen, was super war. Allerdings sind wir hier rejected worden vom 200er Moving Average und wir sind jetzt unter den 50er wiedergefallen. Das ist so eine Ping-Pong-Action, die was normalerweise bei den Moving Average, dass man das eigentlich nie sieht, also speziell diese 50er oder diese 200er Daily Moving Average sind schon sehr akkurat. Und hat es eigentlich in der Vergangenheit nie wirklich gegeben, dass wir so oft und so intensiv auf und nieder, auf und nieder gebounced sind. Das heißt, super schwierig einzumschätzen, wo, was jetzt wirklich Fakt ist und wo jetzt die Reise hingeht. Tendenziell sind wir jetzt wieder in diesem Dreieck herinnen. Ja, wie gesagt, klare Rejection gekriegt vom 200er. Jetzt haben wir mal runtergegangen, sind durch den 50er wieder durchgefallen. Könnten jetzt halt eventuell hier Support finden, wieder hoch einmal einen Retest machen. Ich gehe stark davon aus, wenn wir einen Retest machen und nicht wieder nach oben kommen, dann könnten wir schon tiefere Preise senken, so Richtung 38, 37, 38.000, je nachdem. Bei DeFi, DeFi halte es sich noch relativ gut. Gut, allerdings, was mir auch ein bisschen Bauchweh macht, muss ich zugeben, ist es so, wir haben jetzt hier sehr lange diesen Kanal nach oben geformt. Und den sind wir jetzt im Moment dabei, durchzureißen. Und wenn wir das jetzt morgen nicht schaffen sollten, wieder in den Kanal reinzukommen und höhere Preise zu approachen, dann könnte es sein, dass wir diesen Kanal durchbrechen und bei einem aufsteigenden Kanal ist tendenziell das Ziel hier unten bei 3 Dollar. Das heißt, der Anfang des Kanals. Und das ist natürlich nicht so geil. Das muss man natürlich auch im Auge fassen. Wenn der ganze Markt, also ich rede jetzt nicht von Bitcoin, ich rede jetzt auch von den Aktien und so weiter, wenn wir jetzt eine erneute Korrektur sehen, dann könnte es möglicherweise sein, wenn wir nicht nach oben kommen, dass wir zumindest einmal hier auf die E-Levels da mal runterkommen, im Worst Case auf 3 Dollar wieder approachen. Muss man im Hinterkopf behalten. Muss jetzt halt nichts heißen. Im Endeffekt ist es so, selbst wenn wir auf die E-Levels runterkommen sollten, das Projekt ist nach wie vor der Hammer. Wir haben wirklich extrem viele Erneuerungen. Wir haben jetzt eine Preisstabilität dann in Zukunft über das Future Settlement, was das Premium angeht. Wir haben einen stabilen DUSD. Wir haben super viel Awareness. Es wird im Hintergrund so viel gebaut am kompletten Ökosystem. Also, ja, ich will auch K4 spreaden oder sowas. Ich bin extrem bullish auf das Projekt, ohne Ende. Aber man muss sich das ein bisschen anschauen. Wenn man sich das Ganze so anschaut, muss man einfach schauen. Wenn es so weitergeht, dann könnten wir tiefere Preise sehen. Man kann sich auch darauf vorbereiten oder man sieht das Ganze aus. Wir werden es sehen. Gut, das war es auch mit diesem Video. Ja, wie gesagt, einmal kurz, was jetzt hat im Moment Fakten sein. Das heißt, stabile Vaults haben wir. Wir haben Future Settlement in zwei Tagen und sieben Stunden. Sehr nice. Und da haben wir sehen, wo sich die Price Range bei den D-Tokens einpendeln wird und ob das Ganze gut funktioniert. Ich gehe einmal stark davon aus. Und durch diese neuen Features, das heißt, dass die Leute jetzt eigentlich mit, keine Ahnung, plus, minus 5% in die ganzen Pools joining können oder stabile Vaults bilden können, um auf Stable Coins Renditen zu generieren. Das sind nur mal zwei fette Selling Points für die DeFi Chain. Also, ja. Gut, das war es jetzt mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Und wenn das solche Videos gefallen, gibst mir gerne ein Like auf das Video und vergesst mich, meinen Channel nicht zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wir sehen uns beim nächsten Video.